Am Sonntag sind Wahlen. Es ist wichtig, dass ihr das Kreuz an der richtigen Stelle macht. Wir wollen nicht, dass die AfD ins Rathaus einzieht. Deshalb lade ich euch zu einem Spaziergang ein, der links herum um das Rathaus geht. Ich wünsche mir viele Schwerter, die vorbeikommen, ein Seil mitbringen. Wir machen eine Kette um das Rathaus und gehen spazieren. Wir vom Bündnis Schwerte gegen Rechts unterstützen es natürlich, wenn Schwerter Kulturschaffende wie Jörg Rost Aktionen gegen die AfD und gegen Rechts ins Leben rufen. Ihr findet uns am Samstagvormittag in der Innenstadt. Wir werden Aufklärungsflyer über die AfD verteilen und danach auch gesammelt hierüber gehen und Jörgs Aktionen unterstützen. Samstag, 15 Uhr, am Rathaus-Treffen gegen Rechts gegen die AfD. Hier in Schwerte, Samstag vor dem Bahn.